Hallo lieber Weltenbürger, ich bin Viktoria und heiße dich ganz herzlich willkommen auf diesem Kanal. Hier geht es dabei darum, den Horizont immer ein bisschen zu erweitern, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und gleichzeitig sich tagtäglich an das schöne und positive auf dieser Welt zu erinnern. Ich werde ganz verschiedene Themen ansprechen und freue mich jetzt schon total auf die Reise mit dir. Ich bin gespannt, wo das sich hin entwickeln wird und lade dich herzlich dazu ein, hier einen Tee zu machen und nicht mehr die Reise anzutreten. Abonnier den Kanal, ich freue mich.